Musik Ja, insgesamt sind die Märkte eigentlich, glaube ich, ganz optimistisch gestimmt und freundlich gestimmt und dass sie zur Zeit nicht so richtig durchstarten können, das liegt dann eben tatsächlich an einem starken Euro am Hurricane Irma, der am Wochenende auf die USA prallt und ja, dann liegt es natürlich auch weiterhin an der Geopolitik. Willkommen zu dieser Sendung. Ja, der Euro drückt auf die europäischen Märkte, das ist ganz klar. Mario Draghi hat zwar gestern meiner Ansicht nach schon einen kleinen Schachzug präsentiert und eben versucht, die Anleihekaufreduzierung, die dann wohl doch irgendwann im Januar 2018 zur Debatte stehen wird, eben nicht großartig erwähnt hat und die EZB würde noch auf Zeit spielen. Meiner Ansicht nach dürfte es eher so sein, dass die EZB schon so einigermaßen weiß, was sie im Januar machen will. Aber ja, der Euro ist sowieso schon stark und wenn Mario Draghi dann gestern vom Leder gezogen hätte, hätte es den Euro noch deutlich weiter Richtung Norden vielleicht getrieben. Das wollte der EZB-Präsident sicherlich verhindern und der EZB-Rat und das ist ihm ja dann auch gelungen. Auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat heute Unverständnis für die Situation der EZB gebeten. Die Inflation steigt auch nur sehr langsam, meinte der Bundesbankpräsident und die weitere Unsicherheit sei sehr unsicher. Deswegen benötige die EZB noch ein bisschen Zeit für die Bewertung der geldpolitischen Lage. Weidmann bekräftigte allerdings auch die Sorge um die Anleihekäufe, denn zwischen der einheitlichen Geldpolitik und den 19 verschiedenen Wirtschaftspolitiken interrot eine Verwischung der Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik, meinte Jens Weidmann. Und das ist eben das Dilemma. Also man muss schon irgendwann mal aus den Anleihekäufen wieder herauskommen. Denn so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, dass es vielleicht auch verbotene Staatsfinanzierung ist, auch wenn das der Europäische Gerichtshof ja ein bisschen anders sieht. Und am Ende hat der Europäische Gerichtshof natürlich recht, denn wir sind ja in einem Rechtsstaat. Der Hurricane Irma belastet zumindest teilweise die Wall Street, vor allem zum Beispiel bei den Verkehrswerten, zum Beispiel bei Flug-Airlines. Da ist beispielsweise schon zu erleben, dass da ein gewisser Druck da ist. Und das gilt natürlich besonders auch für die Versicherer. William Dudley allerdings kann den Hurricanes durchaus auch was Positives abgewinnen. Klar, es ist viel menschliches Leid natürlich auch da. Aber die Hurrikanen bremsen nur kurzfristig das Wirtschaftswachstum. Danach gibt es in der Regel einen deutlichen Wachstumsschub wegen des Wiederaufbaus. Dudley, der Chef der New York Fed, bleibt auch weiterhin bei für schrittweise Zinserhöhungen. Allerdings hat er in seiner Rede diesmal den Passus nicht reingesetzt, dass es in diesem Jahr noch eine Zinserhöhung geben könnte, was eben darauf hindeuten könnte, dass auch William Dudley inzwischen für einen etwas vorsichtigeren Zinserhöhungszyklus sein könnte. Ja, und dann gibt es eben die geopolitische Lage. Morgen ist Gründungstag Nordkoreas und da befürchtet der Markt natürlich die nächste Provokation aus Pyongyang. Ob sie dann kommt, werden wir sehen. Wenn sie kommen, sie können es am Montag gleich erst einmal wieder richtig zur Sache gehen an den Märkten. Was wir natürlich auch gelernt haben inzwischen ist, meistens sagen die Märkte mal kurz Huch und Donald Trump schickt einen Tweet hinterher mit Wüstendrohungen und danach pegelt sich dann das ganze Marktgeschehen und dann doch wieder einer sehr großen Crash. Wird wohl auch am Wochenende oder über das Wochenende ausbleiben. Aber vielleicht, wenn dann die nächste Rakete gezündet wird, dann dürfte es vielleicht dann doch wieder die eine oder andere Verunsicherung am Markt am Montag erst einmal geben. Schauen wir mal auf die Daten, die wir heute zusammengefasst haben. Ein Thema könnte heute gewesen sein, dass also die Exporte sowohl in China als auch in Deutschland nicht mehr so dynamisch wachsen, wie man das erwartet hatte. Ansonsten waren die Daten nicht so schlecht. Das BIP aus Japan ein bisschen unter den Erwartungen, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. Gute Wohnungsbaukredite aus Australien, Arbeitslosenquote in der Schweiz unverändert. Aus Großbritannien gab es eigentlich eine ganz ordentliche Industrieproduktion und auch der Arbeitsmarkt aus Kanada hat sich ziemlich positiv gezeigt. Der DAX hat daraus heute nicht wirklich viel gemacht. Wir hatten heute einen etwas schwächeren DAX, aber insgesamt, wir hängen so an der 12.300 und sind eben dann heute nicht so richtig über das gestrige Tageshoch gekommen. Was heißt nicht so richtig? Überhaupt nicht. Das ist erst einmal nicht so richtig freundlich gewesen. Also die Widerstände halten irgendwie. Jetzt muss man eben ganz einfach sehen, wie die ganze Nummer weitergeht. Noch gibt es natürlich die Chance, hier drüber zu kommen, auch wenn es charttechnisch im Stundenchart nicht so richtig schön aussieht. Wir sehen hier, dass der Blau Tenkan unter dem Kijun ist. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Vorlage für die Bullen. Das muss man schon mal so sagen. Also hier ist durchaus auch möglich, dass wir nach Süden korrigieren könnten. Im Daily-Chart sieht das Ganze nach wie vor auch nicht so unfreundlich aus. Wir hängen eben, wie gesagt, in den Widerständen sieht man hier im Daily-Chart auch nochmal sehr schön. Der Blau Tenkan und der Rangschap, der Kijun, wird es übereinander liegen. Wenn es jetzt hier einen Schub nach Norden geben würde, wenn es also einen Impuls geben würde, dann würde hier wohl dann doch ein Kaufsignal entstehen. Wobei man bei Kaufsignal natürlich sehen muss, wir sind noch unter der Wolke. Wir müssten also dann schon mal durch die Wolke durchgehen. Aber wir hätten, denke ich, bei einem kleinen Impuls hier zumindest mal die Chance, Richtung Wolkenoberkante zu kommen, also Richtung 12.500, 12.545. Zurzeit allerdings bleiben wir erstmal noch an der Wolkenunterkante, können da eben auch abprallen. Zurzeit ist also durchaus da. Erst einmal abwarten, sicherlich nicht die falscheste Variante. Insgesamt bleiben wir zurzeit weiterhin erst einmal im Aufwärtstrendkanal. Also, ja, so ganz unfreundlich sieht das Ganze dann nicht aus. Euro, US-Dollar haben heute sicherlich den DAX dann im Verlaufe des Handelstages doch auch gestützt. Nachdem wir erst einmal am Morgen allerdings fast bei 1.21 waren, gab es dann doch Gewinnmitnahmen, was dann sicherlich die Lage auch für den DAX ein bisschen entspannt hat. Wir sind dann doch wieder runtergefallen, jetzt auf 1.20.30 erst einmal. Aber wir bleiben eben stabil über der 1.20. Und das ist sicherlich noch nicht das ganz große Problem, aber wenn jetzt hier, wie einige Analysten es erwarten, dass der Euro dort noch weiterhin deutlich zulegt, dann könnte das für die Exportwirtschaft doch ziemlich problematisch werden. Und das könnte sich dann eben auch an den Aktienmärkten bemerkbar machen. Wir sehen, dass der Blau Tenkan noch über dem Kijun ist, aber vor einer Kreuzung steht. Das könnte also sein, dass die Korrektur hier noch nicht einmal beendet ist. Das wäre sicherlich für die Aktienindizes durchaus nicht verkehrt. Im Wochenchart sehen wir, dass wir aber insgesamt weiterhin bullisch bleiben und das Ziel 1.22.20 als nächstes ins Auge fassen könnten. Im Dow Jones, der Dow Jones hat erst einmal ordentlich heute nachgegeben und war schon wieder fast bei 21.700, also fast beim Tief dieses Monats bei 21.708 und hat dann aber interessanterweise nach Norden gedreht. Also insgesamt glaubt man, dass die Welt doch ganz schön heil zu sein scheint. Auf der Oberseite sind wir dann aber eben nicht über die 21.840 gekommen, an der wir jetzt schon mehrfach gescheitert sind. Kann allerdings noch passieren. Was ein bisschen für die Bullen sprechen könnte, ist, dass der Tenkan gerade den Kijun nach Norden kreuzt. Wenn wir jetzt noch aus der Wolke austreten und über die 21.840 kommen, dann sollte die Richtung eigentlich ziemlich klar sein. Solange ist es immer noch auch hier eher eine Hängepartie. Im Daily Chat sieht es auch nicht ganz bullig aus, würde ich mal sagen. Hier sehen wir dann eben auch, dass der blaue Tenkan unter dem Kijun liegt, was eben nicht wirklich bullig ist. Es ist aber eben auch nicht bärisch, weil wir ja über der Wolke sind und wir haben hier auch noch den hellblauen Nachläufer, der jetzt deutlich unter dem Kurs ist. Also so eine richtige Kaufvorlage ist das definitiv mal nicht. Im Nasdaq und überhaupt in den Technologiewerten ging es heute doch etwas deutlicher nach unten als bei den großen Aktienindizes. Nasdaq zu 0,4% verloren, fällt jetzt also wieder auf die Wolke zurück. Da sind also die 6.000 erst einmal heute kein Thema gewesen. Weit weg sind sie natürlich noch nicht, aber erstmal sieht das nicht so ganz so freundlich aus. Und auch der TechDAX hat heute ein bisschen nachgegeben, minus 0,25%. Sieht zur Zeit auch ein bisschen eher nach Konsolidierung eben um den ehemaligen Widerstand bei 2.330 aus. Unter Druck im Nasdaq unter anderem und zwar überdurchschnittlich unter Druck stand heute Apple. Apple stellt ja nächste Woche seine Produkte vor, unter anderem auch das iPhone 8. und da gibt es viele, die damit rechnen, dass das iPhone 8 vielleicht gar kein so großes High-End-Gerät werden könnte und viele dann enttäuscht sein könnten, weshalb einige damit rechnen, dass die Apple-Aktie am Montag auch abstürzen könnte. Schauen wir ganz einfach mal, wie die Nummer dann am Ende ausgeht. Also hier ist zur Zeit zumindest mal im Stundenschach zumindest heute ordentlich Druck drauf gewesen. Also da gab es dann eben heute doch ein bisschen Abverkauf. Sichere Häfen waren durchaus vor allem in der ersten Tageshälfte heute weiter gefragt. Sehen wir im US-Dollar, japanischen Yen, der heute schon mal deutlich unter 157 war. Die 108.10 hatten wir ja sowieso schon verloren und ja, zur Zeit versucht er ein bisschen Konsolidierung hinzubekommen, aber ob das gelingt, das muss man mal abwarten. Zur Zeit ist, meiner Ansicht nach müssen wir hier über diesen Widerstand bei 108.10 bis 108.25 wieder drüber kommen. Dann könnten die Bullen wieder ein bisschen hoffen, ansonsten sieht das eben auch im Daily Chart jetzt doch ziemlich bärisch aus. Ein Test des Aufwärtstrends erscheint mir hier durchaus denkbar, bei 106 so ungefähr. Wir sehen auch hier, dass Tenkan und Kijun sehr schön parallel nach Süden zeigen und damit ist das Ganze nach wie vor doch sehr bärisch zu bewerten. Das hilft natürlich auch dem Nikkei nicht wirklich, wenn der Yen so stark ist. Auch der Nikkei hat weiter verloren, konnte sich dann allerdings an der Unterstützung bei 19.235 ein wenig erholen und konnte diese Unterstützung also erst einmal verteidigen, aber insgesamt ist das keine dynamische Gegenbewegung hier. Wir haben bei 19.350 den Kijun, die orangefarbene Linie, die ist dann der erste Widerstand gemeinsam mit der Wolke. Da müsste der Nikkei drüber, das sieht zur Zeit noch nicht so wirklich optimistisch aus, dass das gelingen könnte. Im Gold gab es heute ein bisschen Korrektur am Nachmittag, nachdem das Gold vorher weiter gestiegen ist, auch aufgrund der Dollarschwäche. Und eben, ja, sichere Häfen, sie werden durchaus gesucht. Also es ist nach wie vor so, dass die Märkte, wie gesagt, von der Konjunktur her ziemlich optimistisch sind. Also es gibt auch vom Parkett immer wieder durchaus optimistische Meldungen. Aber es gibt eben diese vielen Risiken, die eben von Geopolitik über Stürme bis hin zur Politik im Weißen Haus reichen. Und, ja, die EZB hat gestern auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man jetzt irgendwie klarer weiß, was da in Zukunft ansteht. Das alles belastet die Märkte durchaus ein bisschen. Und, ja, Gold hat dann heute mal ein bisschen korrigiert. Da sind also ein bisschen Gewinne mitgenommen worden. Wir bleiben aber über der 1.340 und auch über der 1.344, wo wir dann noch diesen Peak hatten am 5. und 6. September. Von der Warte aus ist das erst einmal nicht so dramatisch. Im Daily Chart sieht es sowieso noch ziemlich bullig aus. Also die 1.375 bleiben durchaus weiterhin im Blick. Der australische Dollar hat heute erst einmal weiter zugelegt. Hat ja auch gute Immobiliendaten bekommen zum Befeuern. Über die 0.81 sind wir inzwischen sogar schon gestiegen. Sind dann allerdings doch deutlich korrigiert unter den Kijunen und auch unter den ehemaligen Ausbruchspunkt bei 0.8067. Ja, man muss mal schauen, wie die ganze Nummer weitergeht. Ob es hier jetzt eine schärfere Korrektur gibt oder ob es doch dann noch die Möglichkeit gibt, weiter zu steigen. Im Daily Chart sehen wir, dass die heutige Tageskerze nicht wirklich schön aussieht. So ein langer Docht, der signalisiert oft, dass es dann eben doch erst einmal eine Korrektur geben könnte. Vielleicht sogar bis Richtung Wolke. Das könnte durchaus sein. 0.2925 da so. Also bevor dann der orangefarbene Kijun den Haken nach Norden gemacht hat. Das könnte so ein Niveau sein, wohin man korrigieren könnte. Im Weekly Chart sehen wir aber durchaus, dass das Ganze weiterhin freundlich ist. Wenn wir denn nachhaltig mal irgendwann über die 0.8067 drüber kämen. Denkan und Kijun zeigen hier auf alle Fälle mal Richtung Norden. Und von der Worte raus ist das erst einmal nicht so unfreundlich. Der Shanghai Composite. Ja, beginnt ja jetzt hier mit einer Top-Bildung. Könnte theoretisch sein. Aber der Shanghai Composite ist ja doch eine ganze Zeit lang ziemlich stark gelaufen. Hat natürlich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Korrekturen mitgenommen. Und das könnte eben jetzt auch passieren. Die Wolke ist relativ dick, sodass also auch die Unterstützung hier ziemlich dick ist. Aber es gibt ein bisschen Warnsignale für die Bullen zur Zeit. Der blaue Tenkan hat hier den Kijun gekreuzt. Das könnte ein Zeichen sein, dass die Bullen erstmal eine Pause machen könnten. Und auch der hellblaue Nachläufer ist zur Zeit unter die Kurse gerutscht. Es könnte also beispielsweise ein Gap Closing hier stattfinden bei 3.331, 332 Punkten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir eben bis dahin mal korrigieren, bevor wir dann den nächsten Schwung Richtung Norden nehmen. Der Yuan hat heute sich auch mal ein bisschen korrigiert, nachdem er ja immer stärker geworden ist. Wir sehen das hier, das ist schon eine wilde Performance gewesen. Seit dem 25. August ging es eigentlich für US-Dollar, chinesischen Yuan jeden Tag weiter abwärts. Zuletzt dann hat die Dynamik sogar zugelassen. Heute hat es dann doch eine kräftige Gegenbewegung gegeben. Aber ja, die Linie hätte ich hier mal nachziehen können, nicht? So bei 6,52, 50 dürfte die jetzt verlaufen. Da die Tiefs vom 4. September, das dürfte der erste Widerstand dann sein, gemeinsam mit der Wolke 6,52. Da müsste man schon drüber kommen, damit dann die Bullen vielleicht tatsächlich eine, ja, damit die Bodenbildung abgeschlossen ist. Und es vielleicht eine weitere Erholung geben könnte. So könnte man das vielleicht sehen. Euro, Schweizer Franken, Arbeitsmarkt, wie gesagt, ohne Auffälligkeiten. Der Schweizer Franken hat heute trotzdem weiter zugelegt. Und nähert sich dann langsam mal wieder dem unteren Ziel dieser Seitwärts-Range hier bei 1,13,55. Tenkan und Kijun zeigen auch nach Süden. Sieht zur Zeit eher bärisch aus. Sind ja auch heute durch die Wolke endgültig durchgegangen. Insgesamt ziemlich volatil das Ganze hier. Naja, schauen wir mal. Wir müssen ja, wie gesagt, erstmal durch die 1,13,55, damit sich da vielleicht ein neues Szenario ableiten lassen könnte. Der Swiss Market Index heute seitwärts gelaufen. Also da hat der stärkere Schweizer Franken heute keinen Schaden verursacht. Sagen wir mal so. Wir bleiben knapp über der 8.960. So ein ganz bullisches Signal gibt es jetzt hier aber auch nicht. Der Tenkan ist doch ziemlich tief und seitwärts. Und auch der blaue, äh, der orangischfarbene Kijun ist ziemlich tief und seitwärts. Und der blaue Tenkan ist inzwischen auch seitwärts. Sieht eher so aus, als ob wir da aus dieser, ja, mehr oder weniger Seitwärts-Range nicht so richtig rauskommen. Euro-britisches Fund hat deutlich verloren. Das britische Fund zur Zeit doch ziemlich dynamisch unterwegs. Heute, wie gesagt, die Industrie auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sind wir dann unter die bisherigen Tiefs hier der Korrektur bei 0,9130 durchgerutscht. Und müssen wir mal schauen, wie die ganze Nummer weitergeht. Wir sind jetzt im Prinzip direkt am Kijun, der ja auch nochmal einen wichtigen Support bildet. Und, ja, brechen wir da auch noch durch. Ja, dann könnte die Korrektur durchaus bis auf die Wolke sich fortsetzen. Also auch knapp unter die 0,90 noch fallen. Also hier zur Zeit sieht es doch nach ein bisschen weiter Fortsetzung der Korrektur aus. Ja, schauen wir uns mal schnell den, äh, das Cable auch an. Das hat heute auch deutlich zugelegt weiter. Ähm, war heute schon mal bei 1,32. Und, ähm, ja, hält dieses Niveau auch ziemlich gut. Also, wie gesagt, beim Cable sieht es zur Zeit eigentlich ganz gut aus. Ähm, da scheinen dann doch einige jetzt ein bisschen optimistischer zu werden, was auch den Brexit betrifft. Kommen wir über die 1,32,65 drüber hinaus. Das bisherige Jahreshoch. Dann könnte es sogar zum Brexit-Gap-Closing vielleicht kommen. Ähm, das wäre dann bei 1,36,55 zu erleben. Und dann haben wir da die größere Wolkenstufe noch bei 1,38, ähm, 95, also knapp 1,39. Das wären die nächsten Ziele, wenn wir da drüber kämen. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Der hellblaue Nachläufer ist hier inzwischen, äh, äh, ist hier noch nicht über die Kurse gekommen. Der blaue Tenkan hat gerade den Kijun gekreuzt hier in der Wolke. Ähm, ja, von der Worte aus, äh, muss man eigentlich sagen, dass der Kijun nach Süden zeigt. Das ist auch noch ein bisschen wild, aber insgesamt sieht das durchaus jetzt nicht unfreundlich aus. Im Cable. Der Looney hat ja auch zuletzt deutlich zugelegt. Heute hat der kanadische Dollar dann auch mal mit Gewinnmitnahmen zu tun zu haben. Wir bleiben im Stundenschart aber weiterhin unter der Wolke. Also hier haben die Bären nach wie vor das Sagen, würde ich sagen, auch wenn der blaue Tenkan gerade den Kijun-Orange halt gekreuzt hat nach Norden. Das ist aber wohl dann kein Zeichen dafür, dass hier gerade die große Umkehr stattfindet, denn von Umkehr ist im Daily Chart zumindest mal noch nicht wirklich was zu sehen. Hier Zeng, Tenkan und Kijun ganz klar Richtung Süden weiter, schön parallel, äh, nicht ganz im 45 Grad Winkel. Er ist sogar noch ein bisschen steiler. Naja, also die 1,20 steht hier kurz bevor. So, Bitcoins brechen heute nach einer Pressemeldung ein. Die chinesische Regierung plant angeblich die Schließung lokaler Bitcoin-Börsen. Das hat dann ordentlich Druck gebracht, fast 6% Minus und das lief vorhin noch, als ich das Ganze vorbereitet habe. Es kann also noch wesentlich tiefer geben. Wichtige Unterstützung dürfte die 4000 werden. Wenn die bricht, dann könnte es für Bitcoins ziemlich bitter werden. Der Ethereum hat noch mehr verloren, fast 9% vorhin schon, auf dem Weg zur 300. Hier ist die wichtige Marke wohl dann doch die 289. Und im Daily Chart sehen wir, ja, auch die 266 könnte noch ein interessantes Ziel werden. Da sind wir dann im Daily Chart an der Wolke und da wird es dann spannend. Wolkenunterkante 240. Nicht wahr? Ja, was hat sich jetzt hier noch getan? Achso, ja, auf der Oberseite sehen wir allerdings, dass hier der blaue Tenkan noch über dem Kijun ist. Das ist vielleicht dann die Hoffnung für die Bullen, damit wir da auch noch was Hoffnungsvolles sagen können. Aber der hellblaue Tenkan, der ist gerade in die Kurse reingerutscht. Also, ja, wie gesagt, es könnte hier tatsächlich zu einer größeren Umkehr kommen. Ja, die Bitcoins haben es zur Zeit nicht einfach. Es gibt jetzt doch gerade aus China ziemlich viel Störfeuer. Die Chinesen versuchen die Bitcoins offenbar doch wieder oder die Kryptowährung allgemein ein bisschen zurück zu drängen. Und, ja, auch Mario Draghi hatte sich ja gestern zu der Idee, die Litauer waren es, glaube ich, ne? Die da eine Kryptowährung, eine staatliche Kryptowährung kreieren wollen, wo Mario Draghi sagt, das ist ganz klar in den Euro-Verträgen geregelt. Die einzige Währung, die es in den Euro-Ländern geben kann, ist der Euro. Das war, denke ich, unmissverständlich. Also, man wird da wohl, ja, versuchen, diesem Hype ein bisschen entgegenzutreten. Was sicherlich auch die Zukunft sein wird, ist, dass es eben digitale Währungen gibt, die eben als Verrechnungseinheiten stattfinden. Zur Zeit allerdings muss man auch sagen, dass Kryptowährungen vor allem Spekulationsobjekte sind. Und das könnte eventuell Staaten durchaus Sorge bereiten, weil eben diese Anlageprodukte am Ende ja nicht reguliert sind. Und wie man mit sowas umgeht, ja, da ist man sich offenbar, ist man offenbar noch ein bisschen in der Meinungsfindung. Aber ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass die Staaten unregulierte Produkte auf Dauer zulassen werden. Und von der Worte aus ist eben die spannende Frage, wann der Hype um die Kryptowährungen zu Ende ist. Eventuell haben die Chinesen, wie gesagt, inzwischen das Ende des Hypes vielleicht schon eingeläutet. Schauen wir noch auf Rohöl. Es gibt da unterschiedliche Trends, wobei am Ende haben dann doch alle Rohölsorten mehr oder weniger verloren. Also die wichtigen zwei zumindest, nämlich WTI. Das hat richtig deutlich verloren. Da geht es darum, dass eben die zerstörten Raffinerien in Texas durch den Wirbelsturm Harvey die Nachfrage drosseln. Dadurch fällt der Preis dann ganz einfach. Und ja, nun kommt auch noch Irma und das scheint auch nichts Gutes zu bedeuten. Wir sind dann heute unter die Wolke wieder gefallen. Also das sieht hier schon stark nach Umkehr aus. Vor der 46,50 gibt es sicherlich nochmal so bei rund 47,50 könnte es nochmal vielleicht ein bisschen Widerstand geben. Oder an der ehemaligen langen Wolkenlinie da, die dürfte so bei 47,45, äh 75, 47,75 liegen. Das könnten so Ziele sein. Brent hat auch verloren, hatte ich schon gesagt. Allerdings nur 0,6% und das haben dann die Analysten damit erklärt, dass eben durch den Ausfall von US-Lieferungen letztendlich die Nachfrage nach europäischem Öl einfach größer gewesen ist. Dadurch hat es hier nicht so ganz große Verluste gegeben. Hier sind wir aber eben bei 54,75, 80 herum dann doch ziemlich eindeutig erst einmal am Widerstand gescheitert. Müssen wir auch mal schauen, ob es da einen neuen Versuch gibt oder ob wir dann eben auch Richtung Süden abdrehen. Und damit sind wir schon drin im Ausblick auf die kommende Woche. Am Samstag, also morgen, gibt es noch Daten aus China, den Verbraucherpreisindex und den Erzeugerpreisindex. Wobei das zuletzt dann doch nicht so volatil in der Regel gewesen ist. Am Montag gibt es auch ein paar Daten, wobei die meisten Daten jetzt nicht wirklich sehr spannend sind. Es gibt den IAA, also Internationale Autoausstellung in Frankfurt, da gibt es den Auftakt für die Presse. Da werden also neue Modelle vorgestellt. Das könnte also durchaus die Autowerte dann entsprechend am Montag bewegen, nicht wahr? Was gibt es ansonsten in dieser Woche? Es gibt so einiges, sagen wir mal, wenn auch nicht die ganz großen Sachen. Apple macht Produktvollstellungen am Dienstag. Das wird also die Märkte durchaus interessieren und eventuell bewegen, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Könnte sein, dass das iPhone 8 dann doch eher eine Enttäuschung wird und die Apple-Aktie unter Druck gerät. Das muss natürlich nicht, weil so ganz genau weiß es eben ja auch keiner, nicht wahr? Sonst könnte man ja heute schon reagieren. Und dann in der zweiten Wochenhälfte, da gibt es am Donnerstag, gibt es wieder richtig viele Daten. Es gibt auch, das habe ich mal kursiv damit reingeschrieben, auch ein paar Quartalszahlen von Gary Weber und Oracle. Beispielsweise, Jens Weidmann darf auch sprechen, es gibt auch ein paar Zinsentscheidungen am Donnerstag, nämlich aus der Schweiz und aus Großbritannien. Am Freitag sind dann auch noch die Hosen dran und die Eurogruppe trifft sich am Freitag in Tallinn. Apropos Eurogruppe und Tallinn, gute Nachrichten gibt es von Griechenland, zumindest gibt es eine Maßnahme, die uns zeigt, dass es in Griechenland offenbar wirklich Fortschritte gibt. Die EZB hat nämlich angekündigt, zum 20. September die Obergrenze für Notkredite für Griechenland um 5 Milliarden Euro auf 33,9 Milliarden Euro zu senken. Dies sei eine Reaktion auf die positive Entwicklung der Liquiditätslage in Griechenland und die private Geldflüsse. Das ist doch zum Abschluss nochmal eine gute Nachricht und mit dieser guten Nachricht entlasse ich alle ins Wochenende. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende, am Montag können wir uns wiedersehen. Bis dahin. Das ist doch zum Abschluss.